Alexander Walke ist ein deutscher Fußballtorwart. Karriere Walke begann seine fußballerische Laufbahn in den Jugendmannschaften der SG Eintracht Oranienburg, bevor er ab 1997 für die B-Jugend von Energie Cottbus und ab 1999 für die A-Jugend von Werder Bremen spielte. 2001 rückte Walke in die in der Regionalliga Nord antretende zweite Mannschaft Bremens auf. Er absolvierte für diese in der Spielzeit 2001-02 aber lediglich fünf Einsätze. Dabei war er bereits 2001 im Internat des SV Werder durch Cannabiskonsum aufgefallen und hatte in der Folge drei Monate Einzeltraining absolvieren müssen. 2002-03 kam er dann zu 20 Einsätzen für die Reservenmannschaft Bremens, konsumierte jedoch 2002 erneut Cannabis. Über beide Vorfälle hatte der SV Werder zunächst Stillschweigen bewahrt. Durch seine sportlichen Leistungen hatte sich Walke auch für die deutsche U20-Auswahl empfohlen und absolvierte beim Ausscheiden der Mannschaft bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2003 in der Vorrunde alle drei Partien. Dabei wurde ihm bei einer Dopingprobe die Einnahme von Tetrahydrocannabinol nachgewiesen, dem Hauptwirkstoff von Cannabis. Wofür er vom Weltfußballverband mit einer siebenmonatigen Sperre in allen nationalen und internationalen Wettbewerben sowie einer Geldbuße von 10.000 Schweizer Franken belegt wurde. Uli Stielicke, zu diesem Zeitpunkt U20-Nationaltrainer, forderte daraufhin eine drastische Sperre für Walke. Dennoch absolvierte dieser 2004 zwei Partien für die deutsche U21-Auswahl. Nach insgesamt 54 Einsätzen für Werders Reservemannschaft wechselte Walke zur Saison 2005 06 ablösefrei zum Bundesliga-Absteiger SC Freiburg und verdrängte dort Richard Goltz aus der Stammelf. In seinem ersten Jahr für Freiburg bestritt er 29 Zweitligaspiele. Den direkten Wiederaufstieg verpasste die Freiburger Mannschaft jedoch als Tabellenvierter. So kam Walke 2006 07 zu 33 weiteren Zweitliga-Einsätzen für den SC Freiburg und wurde zum Beginn der Saison 2007 08 zum Spielführer seiner Mannschaft gewählt. Zuvor hatte er sich jedoch bei einem Autounfall eine Rückenverletzung zugezogen und kehrte erst am 10. Spieltag in die Startaufstellung der Breisgauer zurück. Nach dem 21. Spieltag verlor Walke seinen Stammplatz an den in der Winterpause neu verpflichteten Michael Langer. Wehen Wiesbaden und Hansa Rostock zur Saison 2008 09 wechselte Walke zum Zweitligakonkurrenten SV Wehen Wiesbaden. Bei dem sein Vertrag jedoch mit dem Abstieg im Juni 2009 seine Gültigkeit verlor. Zur Spielzeit 2019 wechselte Walke zum FC Hansa Rostock, bei dem er einen Vertrag über drei Jahre unterzeichnete und Jörg Hanel als Stammtorhüter ablöste. Doch stieg Walke auch mit Rostock in die dritte Liga ab, woraufhin auch dieses Engagement nach nur einem Jahr wieder beendet war. Red Bull Salzburg und Kräuter Fürth in der Sommerpause 2010 verpflichtete der FC Red Bull Salzburg Walke, der einen Vertrag über drei Jahre beim österreichischen Bundesligisten unterzeichnete. Da Salzburg zugleich auch Gerhard Tremmel verpflichtet hatte und diesen als Stammtorhüter einsetzte, kam Walke aber zunächst nur zu einem Einsatz im letzten Gruppenspiel der Europa League 2010 11. im Dezember 2010, wobei Salzburgs Ausscheiden aus dem Wettbewerb bereits im Vorfeld feststand. Im Januar 2011 wurde Walke an den deutschen Zweitligisten SPVGG Greuter Fürth verliehen, bei dem er nach dem verletzungsbedingten Ausfall des Stammtorhüters Max Grün während der Rückrunde der Spielzeit 2010 11. dessen Position einnahm. Zur Saison 2011 12. kehrte Walke nach Salzburg zurück, um nach dem Abgang Tremmels zusammen mit Edi Gustafsson das Torwart-Tuo des Vereins zu bilden. Zur Hälfte des Herbstdurchgangs gelang es ihm, Gustafsson aus dem Tor zu verdrängen und Stammtorhüter zu werden. Sein Vertrag mit RB Salzburg wurde im April 2012 um weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2015 verlängert. In der Saison 2013 14. verlor er seinen Stammplatz an die ungarische Neuerwerbung Peter Gulasie. Im Sommer 2015 gewann er ihn nach Patzern von der vorherigen Nummer 1, Zykan Stankovic, zurück. Seine konstanten Leistungen wurden von den Trainern und Funktionären der Liga durch die Wahl zum Torhüter der Saison 2015 16. gewürdigt. Privates Alexander Walke ist seit 2009 verheiratet und hat zwei Kinder. Erfolge Österreichischer Meister Österreichischer Kapsieger Torhüter des Jahres Aberte Der spirale G